Okidoki, Refinery. Diesmal haben wir gar keine HP wieder zurückbekommen. Es war doch normalerweise 148 Gegner, ein Secret. Okay, irgendwie kriege ich die Fässer nicht anvisiert. Auch vielleicht, weil da noch der Dings ist. Egal. So, dann schauen wir mal, was in der Refinery so abgeht. Wir werden auf jeden Fall zwei Skull-Keys brauchen, vermutlich. Okay. Aha, an Energy Cell Pack. 1206B, ist das you? Oh Gott, es geht ja viel zu schnell. Das ging ja viel zu schnell zum Vorlesen. Da mein nix. So, dann schauen wir doch mal. Ja, das ist doch ganz nett. Ist doch ein nettes, kleines Spielzeuglein. So. Ich muss sagen, diese, diese bessere Version von der Waffe gefällt mir eigentlich echt ganz gut. Oh, wo kommt ihr denn jetzt her? Kommt ihr da durch? Ja, tatsächlich. Tatsächlich, tatsächlich. Na, scheiß Chaingunner. Ja, komm. Ach, da ist noch einer. Okay. Äh. Frech. Ey, können die doch bitte. Verreckt ihr nicht einfach. Die verrecken nicht. Okay, nee. Mit dem Altfire bringt das nix. Bitte. Erstmal nachladen. Was geht denn da oben ab? Aua. So. Okay. Okay. Mehr ist hier erstmal nicht, anscheinend. Dover Arsch. Hm, mich wundert's, dass hier... Passt schon so, als würde da irgendwas später noch auftauchen. Vielleicht. Was zur Hölle geht denn da ab, ey? What the fuck? Äh. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall kriegen die Kakos, äh, es ab. Na ja. Gehen wir mal wieder zurück. Schauen wir mal, ob sich irgendwo irgendwas getan hat, was uns was bringt. Wir haben jetzt ein paar Sachen aktiviert. Karten haben wir noch keine bekommen. Das ist schon mal nett. Ich meine auch aber wirklich, dass wir hier auch ein Dings haben, noch ein Secret Exit. Ich meine, es gab zwei Secret Level und kommen relativ dicht aufeinander, sozusagen. Okay. Na, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Na dann, bin ich mal gespannt, was hier jetzt abgeht. Na. So, oh je. Perfekt. Oh, vielleicht soll ich die ja mal wieder ein bisschen benutzen. Bäh. Sehr schön. Ja, diese Granaten. Irgendwie habe ich so das Gefühl, der Altfire irgendwas checke ich da noch nicht von der, äh. Von der, äh, von dem Sturmgewehr hier. Ah, da will ich noch nicht ganz hin. Erst, ah. Hol ich mir natürlich die Karte. Die brauchen wir. Die brauchen wir natürlich. Ohne die bringt das alles hier gar nichts. Aber ich weiß auch nicht, ob es vielleicht auch ein bisschen daran liegen könnte, dass ich eine zu neue GZ-Doom-Version oder so habe. Mal anscheinend. Oh. Irgendwas öffnet sich da doch. Irgendwas da rechts. Aber, aber... Wie soll ich denn in der Zeit da hinkommen? Das ist mal ganz blöd gefragt. Also, ich müsste, ich müsste den Schalter drücken, zu dem Aufzug rennen. Zu einem anderen aufzugrennen, dann in den Teleporter, um dann da irgendwas... Das ist... Da habe ich die Zeit nicht. Das weiß ich. So, selbst wenn ich den hier schon so time, dass ich den runterlasse und da schnell hinsprinte, muss ich immer noch hier durch und dann spätestens hier muss ich einfach viel zu lange warten, dass das da irgendwas geht. Also, das ist, glaube ich, noch... Da fehlt mir noch irgendwas. Ja, schön. Dann laden wir hier mal nach. Und jetzt kriegst du die Plasma-Behandlung. Oha. 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 Oha! Ach du Kacke. What the fuck? Okay. Der Boy scherzt nicht. Aua! Der hat auch ordentlich HP, ey. Ha! Au! Boah, nee. Ich darf da nicht zu lange stehen bleiben dahinter. Vorsichtig sein. Okay. Na. Boah, ey. Ha! Der Angriff ist echt übel. Na. So. So. Come on. So viel hast du da auch nicht mehr. Boah. Boah. Yes. Wow. Na. Na je. Sein letztes Aufräumen. Okay. Der hat auf jeden Fall ordentlich Gegenwehr gegeben. Ordentlich Gegenwehr. Der Teleporter ist geblockt inzwischen. Ha. Okay. Hallo. Die Damen müssen immer schnell sterben. Ich bin echt heftig. Ich bin echt heftig. Ich bin echt heftig. so. Oh. Wie kommt es denn, dass das hier sich die ganze Zeit öffnet und schließt? Ja. Das tut auf jeden Fall weh. So. Nochmal ganz kurzer, kleiner Lagecheck. Wir haben jetzt die... Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, was da... äh... Passiert da... Ey. Wo kommst du denn na ja auf einmal? Aber das... Das erledigt sich ja gerade irgendwie größtenteils von alleine. so. Ich weiß nicht, was da drin abgeht. Klingt auf jeden Fall interessant. Sehr schön. Ey, 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 ey. Also. Ey. Ey, ich hab mein Messer wieder. Ich weiß nicht woher, aber ich hab's wieder. Das... Irgendwie glaube ich, dass das vielleicht ein Bug gewesen sein könnte, weil ich nochmal über die Triggerlinie gegangen bin, die mir meine Waffen weggenommen hat oder so. So, hier haben wir das Exit. Aber ich weiß, dass ich eigentlich... Ey, ich wollte nicht... Äh. Mensch. Ich wollte da nicht rüber. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich eigentlich noch ein Secret Exit hab. Das heißt, ich muss das Secret noch suchen. Okidoki, das, äh, Secret... Tatsächlich, äh, das Secret Exit war es demnächst nicht. Ich hab das verwechselt. Genau. Das ist jetzt einfach gelowert. Aber tatsächlich kann man das auch einfach anschießen. Äh, mh, so. Komm. Machen wir das so. Also ja, tatsächlich könnte man das auch einfach von hier anschießen und dann kann man das hier öffnen. Das bleibt offen. No Ryan Fusion Cannon. Also das sind, glaub ich, die Dinger. Heißt. Alles Picobello. Das Secret haben wir. Wir haben den letzten Kill. Perfekt. Dann würde ich mal sagen, sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.